Du stellst deinen gelben Sack an die Straße, das ist täglich. Was mache ich mit der ganzen Luft, die ich immer schnappen gehe? Wohnt in jedem Türschloss auch ein König? Was genau? Riegeln Schokoriegel ab. Brauchen Toilettenbrillen, um das Klopapier zu lesen? Ich weiß es auch nicht, doch es wäre interessant gewesen. Kommt man mit einer Weltkarte eigentlich überall rein? Warum steht man nicht im Regen, wenn man einen Deckenfluter anmacht? Wohnen Katzen nur im Mietshaus? Gibt es eine Lotterie für Arbeitslose? Brauchen Toilettenbrillen, um das Klopapier zu lesen? Ich weiß es auch nicht, doch es wäre interessant gewesen. Ich weiß es nicht, doch es wäre ich ein命. לכ Ort absolument verrate. Wir gucken uns actionable. Wofür brauchen Börsen einen Kurs? Und wo wollen sie denn hin? Wenn Hautcreme so schnell einzieht, wo soll ich dann wohnen? Bekommt man für Gutscheine auch was Schlechtes? Sind Entertasten nur was für Piraten? Brauchen Toilettenbrillen, um das Klopapier zu lesen? Ich weiß es auch nicht, doch es wäre interessant gewesen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017